Oh shit, Freunde, willkommen bei Outpacking, es geht endlich wieder los. Thün ist mein Freund, worum geht es sich heute? Endlich wieder vereint, endlich wieder zu zweit. Der legendäre Podcast Outpacking dreht weiterhin seine Runden mit ganz besonderen Themen am heutigen Tage. Sehr oft haben wir den Drogenkonsum thematisiert und in den letzten Wochen war es ja sehr, sehr präsent in den Medien. Ja, habe ich gehört. Präsent in den Medien. Cannabis wird legal, aber leider nicht so, wie wir es uns erhofft haben. Wir hatten ja die Hoffnung, wir können unseren eigenen Coffeeshop eröffnen. Das war wohl nichts. Klappt das nicht, oder was? Nee, es gibt ein Zwei-Wege-System. Das bedeutet, als erstes wird das sozusagen legal und der Konsum wird auch erlaubt. Man darf zu Hause anbauen, bis zu drei Pflanzen. 25 Gramm Eigenbedarf ist okay. Und man kann es nur in nicht gewinnorientierten Vereinen kaufen. Das sind irgendwelche wohltätigen Vereine, keine Ahnung, da kann man sich Samen kaufen und da kann man sich das Gras kaufen. Also ist kein Coffeeshop. Aber man darf dort nicht kiffen. Und der ursprüngliche Plan der Bundesregierung war es ja, oder der ursprüngliche Plan von denen war es, in lizenzierten Geschäften Cannabis zu vertreiben und dies kontrolliert. Das wird aber nicht klappen. Und nachdem sozusagen diese erste Säule stattgefunden hat, dieser Vereine, wo nur 500 Leute Mitglieder sein dürfen und man irgendwie einen Beitrags-, Mitgliedsbeitrag zahlen muss und so weiter und so fort, irgendwann kommt dann der kontrollierte Verkauf in Läden, wie Coffeeshops. Das wird dann aber ein Projekt sein, was fünf Jahre lang geht. Und das Gesundheitsministerium oder keine Ahnung was, wird immer wieder irgendwelche Überprüfungen passieren. Ja, gerade bei uns in Deutschland, das wird so sehr lange dauern, glaube ich. Und Ziel ist es, also das Problem an der ganzen Sache war, die Cannabis-Legalisierung oder der Vorschlag der Bundesregierung hat gegen EU-Recht verstoßen. Und deshalb hat es halt nicht geklappt. Und irgendwie versucht man durch dieses Pilotenprojekt in den nächsten fünf oder sechs Jahren, die ganze EU mit Cannabis vertraut zu machen und zusammen mit denen eine Regelung zu treffen, wie das in der ganzen EU umgesetzt werden könnte. Ja, ja. Aber wo ist das bis jetzt überall erlaubt? Das ist in der EU noch gar nicht so extrem weit verbreitet, ne? Nur in Holland, ne? Nur, ich glaube... Und ich glaube, in Spanien ist der Konsum erlaubt. Ne, in Spanien gibt es auch Shops, meine ich. Ja. Ich glaube schon. Das ist auch ganz komisch. Aber was hältst du davon? Generell von der Legalisierung? Darüber können wir auch sprechen. Oder meinst du jetzt von den Shops so mäßig, dass das... Beides. Das Ding ist, das ist ja schon sehr, sehr, sehr lange ist das Thematik schon, ne? Mit diesen Legalisierungen von Gras oder so. Also ich habe ja jetzt seitdem es jetzt die neue große Koalition gibt... Ja, ist das jetzt... Ist das wirklich aktuell und präsent? Ja, ich weiß. Aber ist ja schon sehr lange schon die Planung, haben die schon früher auch schon gesagt. Ja, man redet immer. Man hat immer wieder geredet. Aber eine Planung erfolgt ja nie. Ja, ja. Also ich denke mal, das wird alles noch ein bisschen dauern, so. Ende April soll es aber einen Gesetzesentwurf geben. Echt? Was mit den 25 Gramm? Mit den 25 Gramm und dieses Zwei-Säulen- oder Zwei-Wege-System. Das wird auch... Ich frage mich dann echt, was mit Leuten ist die jetzt irgendwie so... Keine Ahnung, davor irgendwie noch so eine... Jetzt wird es wild. Hör mir zu. Das wird eingestellt. Was davor war? Ja, also wenn jetzt... Also ich habe jetzt... Das könnte eingestellt werden, wenn ich jetzt heute mit 5 Gramm erwischt werde und die Ermittlungen laufen, könnte das eingestellt werden, ab dem Moment, wenn es egal wird. Das wurde zuvor geschlagen. Krass. Und was sie auch überdenken wollen ist, also natürlich verliert man den Führerschein, wenn man bekifft fährt. Ja, das finde ich gut. Wenn man es da und Auto fährt, ist der Führerschein weg. Aber man hat ihn ja schon bei kleinen Mengen abgenommen bekommen, wenn man regelmäßig konsumiert hat. Das wird wohl auch aufgehoben. Ja? Mhm. Was heißt denn quasi, ich könnte jetzt an einem Sonntag rauchen, an einem Mittwoch Auto fahren? Dazu gibt es doch keine konkrete Regelung. Das steht alles noch irgendwo in den Sternen. Das muss ich echt sagen, das ist ein richtig beschissenes Gesetz, weißt du? Musst du dir denken, so ein Typ so jetzt zum Beispiel, ich will das jetzt nicht gut reden, aber... Gustav? Ja, so... Nennen Gustav. Ne, Klaus. Warum nicht Gustav? Ne, einfach Manfred. Manfred, der ist jetzt am Wochenende so, der kifft nie. Der kifft nie, der wird jetzt am Wochenende einfach mal mit seinen Homies einen Joint rauchen und so, statt irgendwie saufen gehen oder so, will ich einfach zwei, drei Joints rauchen und dann, keine Ahnung, der macht das am Freitagabend, am Montagabend will der aber arbeiten fahren so, aber der ist natürlich nüchtern so, der hat nichts mehr in sich drin so, der ist komplett klar bei Verstand, aber wenn der angehalten wird, wird der gefickt, so weißt du? Ja. Was natürlich voll der Schwachsinn ist, so weißt du? Ich finde das jetzt nicht gut, dass man aktiv so raucht und dann fährt so, weil das ist nicht gut so, ist auf gar keinen Fall gut so, aber ich meine nach 24 Stunden, zwei Tagen oder so, da müsste das eigentlich mal wieder, da soll das eigentlich mal wieder okay sein, so mäßig, weißt du? Ja. Aber ich glaube, da ist auch so ein Problem, dass es schwer ist, das irgendwie zu kontrollieren oder so, weißt du? Ja, aber in Holland ist es ja auch irgendwie möglich. Ja, in Holland darfst du, glaube ich, sogar auch, ich weiß nicht. Ne, Stone darfst du nicht fahren. Ne, aber ich glaube, das ist so ein bisschen so Einschätzung von der Polizei, glaube ich. Toleranz ist höher, aber in Holland ist ganz verrückt. Die haben ja in den 70er Jahren Cannabis legalisiert, in Anführungszeichen legalisiert. Die haben da auch, ich glaube, einen Eigenbedarf in Höhe von 30 Gramm erlaubt zu der Zeit und in den 90ern wurde das dann auf 5 Gramm reduziert. Aber Kiffen ist dort nicht legal, es wird nur nicht bestraft. Echt? Ja, ja, das ist ganz, ganz, ganz komisch bei denen und Cannabis darf zwar legal in den Geschäften verkauft werden, ne, aber die dürfen es sozusagen nicht legal beziehen. Also das ist, also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, also die verkaufen das zwar legal, aber aufgrund der Tatsache, dass Cannabis dort illegal ist, ne, offiziell, dürfen die das ja nicht legal kaufen, weswegen die das sozusagen illegal kaufen irgendwo. Man hat ja früher auch mal gesagt, das ist jetzt nur eine Zahl, die irgendwo mal im Raum stand, dass 80 Prozent des Grases aus Holland aus Deutschland kommt. Ah, ich hab das schon mal gehört. Und das Problem ist, die können das nicht legal kaufen, also die haben das nicht staatlich reguliert irgendwie. Das wird hier sehr wahrscheinlich der Fall sein, was auch wieder so ein bisschen kacke ist, weil wir können damit kein Geld verdienen, selbst wenn wir wollen würden. Selbst wenn wir wollen, so einen Job aufzumachen, ne? Das Ding ist, wenn sie wüssten, wir haben ja den nächsten eventuell einen Podcast mit dem Bürgermeister. Das wussten die nicht, das haben wir verheimlicht, aber ja. Dann können wir das vielleicht rausschneiden oder einen Piepen machen, genau da. Ne, ist ja egal, es war unser Plan, ihn zu fragen, ob wir nicht einen Coffeeshop in Schwalmteile eröffnen können, aber Trinis hat auch noch eine brillante Idee, insofern freut euch auf den Podcast mit dem Bürgermeister. Scheiße, Mann. Boah, das ist sehr kompliziert, wirklich, das ist echt, diese ganzen Gesetze da rundherum, das ist sehr kompliziert. Aber ich glaube wirklich so, in fünf Jahren oder so, glaube ich, fünf bis zehn Jahren kann man, glaube ich, ganz normal draußen irgendwo sein Gras kaufen, wenn nicht sogar früher, glaube ich, und dann kannst du ganz normal in Ruhe rauchen, weißt du. Und da haben die bestimmt noch irgendwas mit, denn dauert es zwar bestimmt noch echt jetzt so, weil die sehen jetzt bestimmt nicht so eine Priorität drauf, dass das perfekt jetzt alles abgestimmt ist, dieses Gesetz. Doch, tun die, glaubt mir. Echt, meinst du? Soll ich dir das sagen, warum? Wegen der Kriminalitätsrater? Ja, einmal das, aber ganz ehrlich, wenn 25 Gramm Eigenbedarf okay sind, und jetzt hör mir zu, in diesem Verein darfst du bis zu 50 Gramm im Monat kaufen. Okay. Was haben die mit der Gesellschaft vor? Wenn du jeden Tag eineinhalb Gramm rauchst, du wirst psychisch irgendwann nicht mehr stimmen. Also die Arbeit, die wird auf jeden Fall anders laufen. Ist gut für uns, wir sind klar im Kopf. Wenn wir denn klar im Kopf sind und alle rundherum alle Stones sind oder so, dann haben wir einen kleinen Vorteil, weißt du, bei allem so, weißt du. Ja, ja. Hey, verrückt. Vielleicht fangen unsere Jungs auch wieder bald an. Wenn es dir egal wird, bestimmt. Also ich nie wieder. Ich auch nicht. Aber ich sag dir ehrlich, ich hab Bock, mir irgendwann nochmal einen Jörn zu rauchen. Vielleicht, möglich. Ich denk manchmal auch darüber nach. Ganz ehrlich. Ich hab einfach mal irgendwann. Irgendwann. Ich hab mich ja, diese Woche Freitag ist ja kein Podcast rausgekommen und ich dachte, weil letzte Woche machen wir einen und ich hab mich ein bisschen damit beschäftigt. Boah, ich hab so Bock zu kiffen. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ich nochmal irgendwann nochmal einen kiffen würde, würde ich das mit meinen Zuschauern zusammen machen. Im Stream. Ich werd natürlich nicht sagen, dass es krass ist. Ob das du gebannt wirst, weißt du. Hammer, Mann. Ja. Ich will's trotzdem nicht mehr machen. Ja, ich will's auch nicht mehr machen. Weißt du. Ich hätte nur irgendwann mal vielleicht mal, je nachdem ich Bock hab, weißt du. Vielleicht irgendwann mal, vielleicht auch nicht so. Aber jetzt gerade zum Zeitpunkt hab ich keinen Bock drauf, weißt du. Naja, ich hab genug gemacht. Ich glaub trotzdem, die Umsetzung könnte schnell erfolgen, weil am Anfang soll's kein Geld bringen. Das soll sozusagen nur die Kosten reinholen, die man beim Anbau hatte, wenn man so einen Verein hat. Das darf keine umsatzbasierte Organisation sein. Klappt das mit diesem Modellprojekt jedoch, profitiert der Staat an Steuern. Die werden das definitiv so schnell wie möglich in diese Modellprojektphase reinbringen. Oder es ist schon, ich find das schon sehr, sehr gut, weil du musst dir überlegen, das hat ja sehr, sehr viele Vorteile, weißt du. Du musst dir überlegen, erst mal dieses gestreckte Zeug kommt von der Straße weg, weißt du. Hier haben wir nur Superqualität. Nein, auf der Straße nicht mehr. Hier nicht mehr? Nein, 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 nein. Obwohl wir so nah in Holland leben. Nein, nein, nein. Das ist ja nicht alles Original oder sowas. Das ist ja alles hochgezüchtet, das ist ja kein Original. Das ist ja alles, äh... Wenn's hochgezüchtet ist, ist es aber nicht gestreckt. Ja, aber das ist ja sehr viele Leute, die verkaufen... Aber das geht durch viele Hände. Das geht durch sehr viele Hände. Dann tut da irgendeiner Deo drauf, damit das schwerer wird oder sowas. Ich kenn die Szene ja, aber ich weiß ja, was die da machen, weißt du. Ich weiß, ich hör das ja auch im Knast und sowas, die die Leute sowas am Strecken sind oder irgendwie am Bearbeiten sind oder irgendwas noch reintun, chemische Sachen, damit das noch mehr knallt und noch schwerer ist. Die wollen ja einfach nur Gewicht da drauf kriegen, auch wenn's ein bisschen anders schmeckt oder so, das ist ja scheißegal, weißt du. Die wollen ja Hauptsache einfach nur ein bisschen Gewicht da drauf kriegen, damit ihr das teurer verkaufen könnt, weißt du. Oder erst mal das, so dass die Leute, die konsumieren, die rauchen gesünderes Zeug, was nicht mehr so extrem so kaputt macht. Weil ich weiß mich noch ganz früher, wo ich angefangen hab zu kiffen, da war nämlich noch, da bin ich nicht so krass extrem stoned geworden, so, weißt du. Das war ein normal stoned, so. Ich schon. Ja, doch, aber ein normal stoned, so, weißt du. Irgendwann so, wenn man so auf der Straße was gekauft hat, so, war man so richtig so behindert stoned, war so eine andere Sucht auch so danach, weißt du. Weil die das immer jetzt immer ein bisschen mehr bearbeitet haben und das Zeug und sowas. Erst mal, das ist der Punkt so, das Zeug wird cleaner, das ist nicht mehr gestreckt. Und zweitens für die Polizei, so ist das, ey, das ist so ein riesen Aufwand für die, sowas zu verfolgen manchmal. Ja, ja, und das sind nur so Bagatelldelikte. Ja, ich hab das ja auch schon mal gehabt, da wurde ich mit 5 Gramm oder so, oder 3, 4 Gramm oder so wurde ich erwischt, so. Das haben die auch fallen gelassen, so, weißt du. Das ist aber einfach nur Aufwand, das ist ein bisschen Papierkram für die gewesen und so. Das ist, wenn jetzt nix, aber irgendeiner mit 20 Gramm, bei mir im Knast gibt's ja auch Leute, die sind mit 20 Gramm oder so gefickt worden und dann müssen die auch deswegen da drin sitzen oder so, weißt du, gibt's ja auch irgendwie so ganz kleine Mengen und sowas muss man natürlich dann auch nicht mehr, weißt du, das ist so viel Aufwand für die ganzen Behörden weniger. Es ist besser für die Organisation und das ist auch fairer, aber ich glaub nicht, dass es besser für die Gesellschaft ist. Bruder, das Ding ist, dass... Weil guck mal, nein, Kind sieht seinen Vater einen Joint rauchen, so als wär's nix, der wird irgendwann auch einen Joint rauchen, so kiffen kannst du jeden Tag, weißt du, du kannst das jeden Tag machen, du bist nicht so kaputt wie beim Alkohol, wenn du jeden Tag trinkst, das ist so und ich weiß es nicht, aber es wird Deutschland gut tun, denn die Deutschen sind sehr, sehr gehässig. So verklemmt auch. Ja, ja, das Kiffen wird dann, die chillen dann einfach mal und das müssen die auch und ich hab noch was, drei Pflanzen darfst du zu Hause haben. Aber das sind doch eigentlich viel mehr als 25 Gramm. Ja, keine Ahnung, ist mir egal. Das ist eine sehr schlechte Rechnung irgendwie. Würdest du gerne anbauen dann? Nee. Ich schon. Ich hab da keinen Bock drauf. Ich hätte da richtig Bock drauf. Ich hab dann so drei Babys. Ey, ich will da gar nichts mit zu tun haben, ne? Liebe Polizei, ich will nicht bei mir zu Hause anbauen oder so, ne? Ich will gar nichts bei mir zu Hause anbauen. Falls es legal wird, ich hab mir das schon immer mal gedacht so, das wär cool. Dann machen wir einfach Podcastraum weg, machen wir einfach... Fangen wir damit an. Nee, wir lassen den Podcast weiterlaufen. Scheiß aufs Anbauen. Okay. Scheiß drauf, scheiß drauf. Ich denk, wir haben das Thema erledigt. Nee, aber krass, ich find's cool, wenn es mal irgendwann mal legalisiert wird. Es wird auf jeden Fall nochmal irgendwann eine Cannabis-Legalisierung 2.0 geben, weil irgendwann wird's ja wirklich egal und dann können wir wieder drüber reden. Und wenn, Friends, wenn es irgendwann mal so auch soweit ist mit den Shops und so, was haltet ihr von Packing-Smoke? Smoke-Packing. Smoke-Packing. Der Coffee-Shop. In Köln. Ja, Mann. Am besten mitten in Köln oder sowas. Oder in Düsseldorf. Wir machen das hier. Packing-Smoke. Die Leute sollen hier hinkommen. Nee, nach da. Meinst du? Weil das ist neu, da kommen die noch mehr hin, weißt du? Falls das denn klappt. Packing-Smoke oder Smoke-Packing in Düsseldorf, der nächste Coffee-Shop. Mhm. Von Thuinis und Eltoni 52. Und es wird definitiv günstig sein. Ja. Und wird eine gute Qualität haben. Und gestreckt. Freunde. Okay, scheiß mal drauf. Was haben wir noch so? Kolja Goldstein. Kolja Goldstein, ja. Hast du das mitbekommen? Ich hab's mitbekommen. Tatsächlich. Aber ich muss sagen, nach meinem Bauchgefühl so ein bisschen. So, da war ja so, so von angeblich so, der ist ja, viele ganze Leute, die nicht wissen, wer das ist so, aber sehr viele müssen den bestimmt eigentlich kennen. Das ist ein Deutsch-Hopper, ist das so mäßig so. Der in Amsterdam lebt. Der in Amsterdam lebt. So richtig Gangster-Shit und sowas macht. Der aber auch wirklich kriminell zu sein scheint oder wenigstens schien. Ja. Aber ich sag ganz ehrlich, ich glaub, das ist nur Promo, weißt du? Dass jetzt genau, zufälligerweise wird der genau jetzt mit dem Haftbefehl gesucht. Ja, es war schon am 8. April. 8. April? Am 8. April, der hat auch offiziell was gepostet, der hat den Haftbefehl auch gepostet. Am 8. April schon? Dass er vom 8. April ist. Okay. Hat er denn gepostet auch, diesen Haftbefehl? Da wurde was gepostet, ja. Ah, okay. Sollen wir mal kurz erzählen, wie das war? Ja, erzähl du. Wie heißt diese Doku? Stoked? Stoked? Ja, das hab ich gesehen. Es gab eine Doku von Kolja Goldstein und da stand auf jeden Fall, Doku mit Kolja Goldstein abgebrochen. Die haben den einen Tag lang, ich glaub in Abu Dhabi begleitet und das war ganz normal. Die sind Auto gefahren und haben miteinander gesprochen, aber du wolltest halt das Ende sehen, weil du wolltest wissen, warum hat er die abgebrochen? Und am Ende hat die Frau halt gesagt, die hat irgendwie dem Manager geschrieben, dass sie geghostet wurde, nee, die hat ihrem Partner geschrieben, dass sie geghostet wurde und dann hat der Manager sich bei ihr gemeldet und meinte, dass der grad viel um die Ohren hat und so weiter und so fort und dass das deshalb erstmal verschoben wird und dann hat Kolja Goldstein ihr eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen, wo der meinte, ja, mein Haus wurde durchsucht, die wussten, wo die Maschinen liegen und es gibt jetzt einen internationalen Haftbefehl. Ich glaub, davor hat er das tatsächlich schon gepostet, da war ich aber noch nicht in der Thematik drin und jetzt am Freitag kam ja sein Album raus und da hat er auch nochmal gepostet, dass die Release-Party abgesagt wird, weil der mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wird. So und offiziell war es wohl jetzt so, dass da Waffen gefunden wurden, also seine Wohnung in Amsterdam oder sein Haus in Amsterdam, das wurde durchsucht und dabei wurden Waffen gefunden und jetzt musste er wohl neun Monate ins Gefängnis. Neun Monate? Ich weiß, irgendwas mit neun Monaten wurde auch noch gesagt, ich hab keine Ahnung, auf jeden Fall wird der grad gesucht und ich glaub, das ist echt. Das kann sehr gut sein, aber ich sag ja natürlich, neun Monate ist ja… Ist komisch, ne? Ja, es ist eine komische Zahl. Ja, da gibt's ja nochmal verschiedene Regelungen, ich bin auch nicht so tief da drin. Wegen Waffenbesitz, neun Monate, was ist schon, ich weiß nicht, okay, ist ja auch Amsterdam, ne? Oder Holland. Und die war ja jetzt nicht geladen, ne? Also wer weiß, ob die geladen war oder eben nicht, ob da Munition drin war oder eben nicht. Also ich kenn jemand bei mir drin, der hat wegen einer Waffe, so weißt du, da war jetzt auch quasi Magazin drin oder so, hat er fünf Jahre bekommen, ne? War die geladen? Ja. Ne, die war, ich weiß nicht. Und was hatte der noch? 50 Gramm Koks. Hatte der viele Vorstrafen? Nein, eigentlich nicht so viele, glaub ich. Weißt du? Ich hab keine Ahnung. Ja, für fünf Jahre und dann, ja, das… Ich muss ehrlicherweise… Ich weiß, ich kann, er ist ja auch Holland, ist ja auch Holland. Ja, der Typ ist ein krasser Künstler. Hat ja auch krasse Anwälte. Ja, der Typ ist aber ein krasser Künstler in Bezug auf Musik. Ich find, der ist ein krasser Rapper. Und der ist lürig sehr, sehr krass. Ja, safe. Und der hat das auch drauf mit den Beatwechseln und Flowwechseln und alles. Ja, der ist echt krass. Der hat sich da echt eine Identität hier in der Musikbranche aufgebaut. Und wieder richtig frischen Wind reingebracht. Ja, ja, die krass ist. Den respektieren auch viele. Ja. Wunder Pro. Ich find's krass. Ich glaub, der ist auch real so, weißt du? Ich hätt den gerne hier… Aber weißt du, was ich auch komisch finde? Ramadan ist gerade vorbei. An dem Tag kommt sein Album raus. Und der hat ja ein Video gepostet von wegen… Ja, ich nehm jetzt erstmal eine Pause von der Musik, so nach dem Motto, ich geh jetzt in den Knast. Das ist alles komisch getimt. Auch parallel zum Album und so weiter. Ich weiß noch keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ist komisch. Mhm. Ich hab keine Ahnung. Mystery. Ja. Heftig. Was hältst du davon, wenn Männer in Beziehungen sind und die von ihren Frauen geschlagen werden? Wunder, wie kommst du jetzt auf sowas, Alter? Also wenn Männer in Beziehungen sind mit einer Frau, die werden geboxtet oder was? Ja. Wunder, wie kommst du jetzt darauf? Was hältst du? Das ist eine toxische Beziehung, oder? Scheiße, Alter. Ja, ey. Ich kann's dir erklären. Welches Zusammenhang sowas? Ich kann's dir erklären. Werd's. Es gibt ein Seelsorgetelefon für Männer, die unter Gewalt leiden. Das kann sich auf alle möglichen Themen der Gewalt beziehen. Gewalt in der Kindheit, Allgemeingewalt oder Gewalt im Haushalt. Das heißt, sie werden von ihren Frauen geschlagen. 2020 wurde ein Projekt von der Bundesrepublik Deutschland ins Leben gerufen. Ich glaub von verschiedenen Bundesländern, dass Männer da anrufen können. Es gibt ja Frauenhäuser und so weiter und so fort. Da können ja Frauen hin, wenn die von ihren Männern verprügelt werden. Ja. Dann gehen in dieses Haus. Und es gibt auch ein Telefon für Männer. Und 2020 haben dort 1500 Männer angerufen. 2022 haben da 1500 Männer. Ah, stopp. 4500 Männer angerufen. Klar, aber doch nicht. Ja. Hab ich heute gehört. Weil die geschlagen werden von ihrer Frau. Ja, oder weil die unter Gewalt leiden, ja. Von ihrer Frau. Zum Beispiel. Oder auch von anderen. Auch von anderen. Aber ich denke, zum größten Teil handelt es sich darum. Schüch, Alter. Ganz, wenn du von einem Typen auf der Straße geschlagen wirst, so, zeigst du den an. Ja. In der Regel so. Wenn du normal, wie soll ich das? Doch, du kannst ihn aber anzeigen. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Deine Frau zeigst du nicht an. Da suchst du dir lieber irgendwo anders Hilfe. Deshalb greifst du den Geschmack zum Telefon. Es gibt Frauen, die schlagen ihre Typen tatsächlich windelweich. Ey, das ist echt krass. Das ist mir jetzt nie passiert, aber das gibt's. Das ist echt krass. Ja. Und jetzt wieder, um auf die Frage zurückzukommen. Was hältst du von Männern, die von ihren Frauen geschlagen werden? Oder in ihrem Haushalt unter Gewalt leiden? Was würdest du tun? Du bist verheiratet, deine Frau prügelt richtig auf dich ein. Muss ja nicht wehtun. Aber ist emotional. Würdest du zurückschlagen? Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, sowas gehört gar nicht in eine Beziehung, weißt du? Generell vom Mann nicht und von einer Frau nicht, weißt du? Also ich werde keine Frau schlagen. Und mich schlägt auch keine Frau. Wenn mich eine Frau boxt, boxt ich die weg, weißt du? Auch wenn es eine Frau ist, weißt du? Egal, wer das ist, weißt du? Weil, wenn ihr mir jetzt voll mit der Faust ins Gesicht haut, dann kriegt ihr auch voll mit der Faust ein ins Gesicht, so, weißt du? Ist mir scheißegal, ob es eine Frau dann, weißt du? Aber ich werde auch niemals irgendwie eine Frau schlagen oder sowas, weißt du? Also Typen, die ihre Frauen jetzt so richtig kaputt schlagen, das sind Opfer. Ja klar, safe, 100 pro. Die sind nichts wert, diese Typen. Aber ich rede jetzt nicht so, wenn man mal jetzt irgendwie mit einer Frau Streit hat oder so und die ist so voll, keine Ahnung, die gibt dir immer so eine leichte Backpfeife. Ist okay, so, weißt du? Ja, ist okay. Dann kannst du mal ganz kurz so, ey, was ist los, so, ich sag jetzt mal so, ich streite oder so, das ist was anderes. Aber wenn jetzt wirklich so ernst, die will ich hauen, so richtig, weißt du? Will ich richtig Bomben geben und sowas, kicken oder sowas, weißt du? Ja klar, dann boxt die weg, so, weißt du? Aber das ist jetzt, das rede ich jetzt nur von Verteidigung. Gewalt ist nie gut, Friends, auf gar keinen Fall. Aber ich finde, man sollte sich nicht schlagen lassen, von gar keinem. Nicht von einem Mann und auch nicht von einer Frau oder sowas, weißt du? Auch nicht von, keine Ahnung, von Harry Potter, weißt du? Von niemandem. Ich glaube, das größere Problem ist psychische Gewalt in Beziehungen, wenn man jetzt nur darauf eingeht, ne? Diese psychischen Sachen, die sind krasser, weil die sind emotional, weißt du? Ja. Keine Ahnung, du kannst auch anders einen Menschen bestrafen, so. Da gibt es ja die verschiedensten Sachen, so. Du redest nicht mehr mit dem. Ja. Oder keine Ahnung, was das ist. Aber das musst du dann so miteinander klären, weißt du? Aber meiner Meinung nach so jegliche Form der Gewalt, körperlich sowieso, aber psychisch, das wird auch unterschätzt, weil das ist auch falsch, sind in Beziehungen nicht angebracht. Wenn ihr miteinander zusammen seid, dann redet und kommuniziert. Verstehst du, was ich meine? Aber bestraft deinen Partner nicht. Nicht, wenn ihr den Weg zusammen gehen wollt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist auch, hört man das schon. Das Ding ist auch schwer so. Stell dir mal vor, du hast so eine Freundin so. Du bist eigentlich so gut mit dir, aber irgendwie wird die so ganz komisch so. Weißt du? Die wird so richtig komisch. Und dann irgendwann habt ihr so richtig Krieg. Ihr habt so richtig Krieg. Und dann geht die irgendwie so zur Polizei und sagt, ey, der hat mich geschlagen. Aber vor sowas habe ich irgendwie voll Angst. Das ist bei mir noch nicht passiert. Ich habe das schon gehört. Ich habe das auch schon voll aufgehört. So, weißt du? Ich habe das schon gehört. Und da stehst du richtig schlecht da, weißt du? Oder der hat dich vergewaltigt oder sowas, weißt du? Das ist ganz schlimm. Ey, ich stelle dir mal vor, so welche Vorwürfe, weißt du? Das Ding ist so einer Frau, der glaubt man das natürlich auch mal voll oft, weißt du? Wenn ihr natürlich irgendwie so ein bisschen das wieder... Das ist auch voll schwer, da irgendwie so wieder rauszukommen oder sowas, ne? Guck mal, das ist meiner Meinung nach kritischer. Ich stelle sowas, das... Okay, das checkst du eigentlich schon so ein bisschen. Eigentlich eine normale Frau macht sowas nicht, weißt du? Aber es gibt ja immer so ein paar Fotzen, so, weißt du? Die irgendwie sowas... Das ist schwer. Das ist schwer. Das Ding ist so, wenn du eine Frau vergewaltigst, kriegst du ja auch nur ein paar Jahre Gefängnis, ne? Mhm. Viele Leute sagen ja, die Strafe soll höher sein. Aber dann denke ich mir immer so auf der anderen Seite, was ist, wenn diese Frau einfach lügt und der Typ sitzt zehn Jahre wegen der. Weißt du? Weißt du? Ja, ja. Aber keine Ahnung. Das ist beides falsch, weißt du? Also das zu machen sowieso, aber... Ich finde sowas zu kontrollieren, ob das wirklich gestimmt hat, das finde ich so schwer, auch für einen Richter oder sowas, ne? Ich stelle mir das... Da musst du... Ich glaube, da musst du ein richtiger Profi sein. Du musst richtig in den Kopf reingehen und genau verstehen, einfach so ein richtig... Da musst du schon eher psychologisch sein, weißt du? Psychologisch, ja. Du musst ja richtig verstehen, gerade wenn die das sagt, ob das gerade gelogen ist oder Wahrheit ist, so, weißt du? Das ist bestimmt sowas... Ich glaube, wir beide, wir können das nicht erkennen. Nee. Wenn das jemand krass macht, so, weißt du, krass vorspielt, so, weißt du, dass der zum Beispiel... Die sagt, ich wurde vergewaltigt, aber ist gar nicht so passiert, so, weißt du? Ja, zum Glück wurde ich als Schöffer abgelehnt, wenn man es so betrachtet. Wurde sie abgelehnt? Ich wurde abgelehnt. Soll ich dir sagen, warum? Erzähl. Ich habe mich ja in Viersen beim Amtsgericht beworben und die haben mir eine Absage gegeben, weil ich nicht wohnhaft bin in Viersen. Dabei gehört Schwalmtal ja zum Kreis Viersen. Ja. Also, ich müsste in Viersen leben. Also, lebst du in Schwalmtal, aber auch wenn du jetzt in Hart lebst, lebst du auch nicht direkt in Gladbach. Ja. Das heißt, eigentlich kannst du dann kein Schöffe werden oder keine Schöfin werden. Krass, Mann. Mhm. Was ist das für eine Scheiße? Ja, ja. Das habe ich ja noch nie gehört. Was ist das denn? Ja, hat mich auch genervt. Aber hey, der Weg geht weiter. Oder vielleicht wohnst du irgendwann in Viersen oder in Gladbach. Outpacking wird groß. Ja. Dieses Richter sein wäre vielleicht eh nichts gewesen. Es kommt ein großes Projekt auf uns zu. Ich weiß nicht welches, aber es wird was kommen. Es kommt aber was krasses für uns. Ich habe noch eine Frage. Mhm. Hast du mal einen Juden getroffen? In deinem Leben? Nee, tatsächlich noch nie, glaube ich. Und ich auch nicht. Ich finde das voll krass. Ich habe mir letztes Mal so Gedanken gemacht. Das ist echt krass. Und ich habe noch nie einen Juden getroffen. Aber ich glaube, in Deutschland gibt es auch nicht mehr so viele, ne? Warum lachst du jetzt? Warum lachst du? Nein, das ist jetzt nicht so gemeint. Weißt du, warum ich so lache? Es ist soweit. Falls irgendwann die Cancel Culture auf uns zukommt, dann ist das der Grund dafür. Worauf ich hinaus will, ich finde es einfach nur krass, ich habe noch nie einen kennengelernt. Oder ich glaube, die leben auch ein bisschen mehr so für sich unter sich, ne? Ich glaube, das ist auch so, die gehen, ich glaube, es gibt doch nicht auch extra Judenschulen und sowas auch? Ganz ehrlich, vielleicht stehen die auch nicht dazu hier in Deutschland aufgrund ihrer Vergangenheit. Die haben nichts Schlimmes gemacht. Die haben nichts Schlimmes gemacht. Aber weißt du, die schämen sich ja auch irgendwo. Also ich finde, als Jude muss man sich das nicht schämen oder sowas. Aber das Ding ist, ich glaube so, das ist so, vielleicht die Leute, die das sind, so richtige Juden. Nein, es gibt viel Antisemitismus, immer noch. Aber ich glaube, man erkennt ja auch nicht sofort. Man kann das bei vielen schon erkennen, so ein bisschen so. Und vielleicht schämen die sich auch nicht dafür, ein Jude zu sein, sondern wegen diesem ganzen Mitleid. Die haben da keinen Bock. Kann auch sein. Ich habe keine Ahnung. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube generell, jetzt ohne wegen der Sache von früher, ich glaube in Deutschland gibt es, die chillen ja nicht mehr so viel, so weißt du? Ja, die sind eher in Amerika. Weißt du, die sind ja mehr so, Holland vielleicht sogar oder da. Ich muss jetzt auch nicht unbedingt jetzt noch hier so drin sein in Deutschland. So ist jetzt nicht so. Scheiße, Alter, Mann. die sind jetzt nicht falsch verstehen, Freunde. Ich habe kein Problem mit Juden. Ich liebe jede Religion, so wisst ihr. Weißt du? Ich auch. Ich würde auch in Tel Aviv chillen. Ich habe Eiskalt noch nie einen gesehen. Ich finde das auch mal voll interessant für einen Podcast. So einen richtigen Juden, so weißt du? Das ist dann wieder so ein bisschen Religion, aber einfach diese Religion, die kennen sehr wenige, glaube ich auch. Wie heißt das mal genau? Ist das Judentum? Ist das Judentum? Judentum, weißt du? Ist ja auch, ich habe gar keine Infos darüber, weißt du? Die haben auch coole Bräuche, glaube ich. Bräuche? Ja. Was heißt Bräuche? Ja, so allgemein, die haben auch so... Oder meinst du Bräuche? Nein, Bräuche? Nein, Bräuche. Okay. Keine Ahnung, wie ein Muslim zum Freitagsgebet geht oder ein Christ jeden Sonntag in die Kirche, haben die auch ihre Angewohnheiten. Und so ein Jude, der seine Religion wirklich praktiziert, der ist sehr, sehr straight. Die glauben ja auch an Tora? Tora? Ja, genau. Krass, würde ich auch gerne mal so ein bisschen so einfach Interesse halten. Das sind ja die drei Religionen, Christentum, Judentum und Islam. Die haben ja sehr, sehr viele Parallelen zueinander, wenn man sich die Bücher anguckt. Wäre interessant, definitiv. Wäre echt mal interessant. Und ich denke, du hast das wieder gut gemacht. Weißt du, was wir den nächsten Mal machen? Den nächsten Mal machen wir einfach mal so einen Podcast, dann setzen wir hier einen Juden hin. Da setzt man so einen Pastor hin. Nee, einfach einen Pastor. Lieber einen Hotcher. Einen Hotcher, einen Pastor und ein, wie heißt das beim Juden, sowas? Ein Rabbi. Ein Rabbi, weißt du? Ey, die drei. Und dann nehmen wir einfach auf, wir sind gar nicht hier. Ja, ja. Wäre cool. Wäre cool. Wäre cool. Und steht immer vor, dann kommen wir später. Und wir streamen das dann auf Twitch. Und wir kommentieren das. Ja, Twitch darf man so Religionssachen nicht machen. Nee, nee, darfst du nicht. Alle müssen mal zwei, drei Minuten darüber reden, so ganz kurz so. Ich stelle immer vor, wir kommen wieder zurück und die sagen so, ey, wir haben unsere eigene Religion gegründet. Wir haben einfach, wir haben eine neue Religion für uns gefunden. Wir haben einfach zusammen eine neue geöffnet. Ja, genau. Nächste Frage. Hat auch irgendwas Jüdisches an sich? Kennst du den israelischen Geheimdienst, den Mossad? Nee, Mann. Vom Hören und Sagen? Ja, ja, ja. Vom Hören und Sagen, ja. Und es ist ja was Krasses passiert in Bezug auf Pentagon-Leaks. Da ist ja ein 21-Jähriger um die Ecke gekommen und hat alle möglichen CIA-Dokumente auf Discord gepostet. Ja, das habe ich mal gehört. In seiner Gruppe. Und dann ist das ja irgendwie offiziell geworden. Ey, und was krass ist, die Amis, die haben jeden abgehört und ausspioniert. Den Mossad. Südkorea. Ach echt? Da haben die sogar abgefangen, dass die irgendwie Waffenlieferungen machen sollten oder wollten in die Ukraine. Das dürfen die aber nicht, weil die in keinem Kriegsgebiet Waffen liefern dürfen. Und dann wollten die das wohl irgendwie an Polen machen. Und das hat Amerika alles mit abgehört. Vielleicht waren die sogar mit im Geschehen drin. Die haben alle möglichen Analysen und Statistiken des Ukraine-Kriegs entworfen. Sogar Vorhersagen und so weiter und so fort. Prognosen, als wäre es ein Fußballspiel. Krass. Südkorea oder wer wäre das? Amerika? Amerika. Ja. Die haben ja die Dokumente nicht veröffentlicht, aber erstellt. Ja. Ich will gar nicht zu krass auf diese Politik eingehen gerade. Aber an alle Leute, die sich damit beschäftigen wollen, irgendwo findet man die geleakten Dokumente. Die sind von Anfang März. So, heute ist irgendwie Mitte April. Das heißt, die Informationen, die man da sieht, man kann vielleicht sehen, was damit gemacht wurde. Viele Informationen, die die abfangen, sind nichts wert. Andere Informationen, die die abfangen, werden in die Tat umgesetzt oder daraus werden Sachen abgeleitet. und hergeleitet. Das heißt, die schreiten in die Tat über, besprechen sich mit dem Präsidenten und so weiter und so fort, weißt du? Ist krass. Crazy, Mann, Alter. Und mir ist bewusst geworden, Wissen ist Macht und die haben die krassesten Informationen. Ja, klar. Die wissen auch alles, ja, klar. Die sind krass. Das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, die wissen bei jedem Land, was irgendwo geredet hat, was abgeht, überall. Selbst ihre Freunde spionieren die aus. Mit Israel sind die dicke. Weißt du? Ja. Das ist krass. Das ist Amerika. Und Russland und so, die steht ja eh voll auf deren Zielscheibe, weißt du? Die sind ja schon seit Jahren dran mit dem Kalten Krieg und so weiter und so fort. Aber ist heftig. Auch, dass das geleakt wurde, ist vielleicht mal interessant. Leute sprechen, dass das der größte Leak ist oder sogar noch größerer Leak als Wikileaks. Was ist Wikileaks? Das ist ja auch so eine Plattform, da werden alle möglichen Geheimdokumente hochgeladen. Krass, Mann, Alter. Heftig, Alter. Was sagst du dazu? Ist das, ich glaube, ich habe das vielleicht, ist das so ein kleiner Junge, der das gehackt hat? Ja, ja, ein 21-Jähriger. Das Ding ist, ich habe das... Der wollte auch zu Hause festgenommen und sowas. Boah, das habe ich... Der hat auch sehr lange, hat der nicht lebenslänglich bekommen oder so? Ja, das steht im Raum. Ja, ja. Ja, klar, der hat Staatsgeheimnisse verraten. Bro, das ist krass, der kriegt einfach lebenslänglich wegen sowas, ne? Wegen sowas? Ja, okay. Guck, ich erzähle dir jetzt mal was. Politik ist immer Wirtschaft. Ja, ja. Ne? Dadurch, dass der die Dokumente veröffentlicht hat, keine Ahnung wie viele Milliarden, die möglicherweise Verlust machen. Weißte nicht. Das ist krass. Digga, ich frage mich, wie man sowas hacken kann. Eigentlich müsst ihr den einstellen. Ne, der hat da ja gearbeitet. Ach, der hat da gearbeitet? Der hat irgendwo da gearbeitet als, ähm, als Informatiker, aber der war noch nicht mal groß und da hat er alle möglichen Sicherheitsfreigaben und wenn er sich da dann noch so ein bisschen auskennt und rumhackt und so, dann kommt er an die Dokumente dran. Ja. Krass, Mann. Vielleicht wurde ihm das auch nur in die Schuhe geschoben. Kann auch sein. Das kann natürlich auch sein, ne? Bei Amerika weiß man nicht, ne? Aber ey. Boah, Film, Mann, Alter. Ich hab das ja in Nachrichten gesehen, wie der zu Hause festgenommen worden ist. Ja, ja. Das war mit Video und sowas, weißt du? Ich hab das auch zufällig einmal, ich guck ja keine Nachrichten. Ich guck nur mal Nachrichten, wenn ich mich auf einen Podcast vorbereite. Ja, äh, äh. Ich hab das ganz zufällig gesehen, aber hab ich mir nichts gedacht und dann hab ich noch ein Video auf YouTube gesehen, so zufällig. Der hat den Film komplett aufgemacht, dieser Typ. Und dann dachte ich mir, krass, das ist der Typ, der festgenommen wurde bestimmt, woher diese Dokumente standen. War der das, oder? Ja, ja, und das war der wirklich. Krass. Also, ich wollte einfach nur darauf hinaus, das ist eine krasse Sache, die passiert ist und die wird noch nicht hoch genug in den Medien aufgehangen. Ja. Dann ist ja auch plötzlich das Gerücht gekommen, Putin hat Krebs. Das hab ich aber schon lange gehört. Ja, aber das kommt wohl auch daher. Also, diese Information wurde ja auch irgendwo abgefangen. Mhm. Hat er im Endeffekt nicht. Viele Informationen werden abgefangen und dann kommt es sich darauf an, wie man selektiert und was man daraus macht. Ja, äh, äh, äh. Ja, wenn der Krebs hätte, so, also die, die, dann würde das alles so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Sinn ergeben auch so. weißt du, aber, ey. Andere Leute sagen, dass, ähm, die Dokumente möglicherweise, ach, keine Ahnung, ist egal. Dass das also, dass das vielleicht sogar von Russland kommt oder so, oder dass das Amerika, nee, die Russen sagen, dass das Amerika nur macht, um Verwirrung zu stiften. Mhm. Vielleicht sind die Dokumente gar nicht echt. Okay. Aber sobald ein Krieg ist, da ist nur Manipulation. Politik ist wie Game of Thrones. Boah, so kompliziert, Digga? Sogar noch komplizierter, aber so diese, guck mal, du hast Intrigen, du hast Skandale, du hast das alles. Daraus besteht Politik. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Weißt du? Und nur diese großen Politiker, die wissen, wie die Welt funktioniert. Die wissen das, weil die kennen auch Staatsgeheimnisse und so. Ja. Ja, die ganz großen. Wir haben keine Ahnung. Wir haben gar keine Ahnung, was da abgeht. Aber wir wollen eh nur einen Podcast haben, deshalb ist alles gut. Krass, wir labern ein bisschen Scheiße. Das war's. Ja, Mann. War verrücktes Thema, wirklich, Mann. Das ist, äh... Verrückte Themen hatten wir heute. Ja, aber, ja, Themen, ja, aber ich meine das Thema, so weißt du. Mhm. Ich hab das, ich bin morgens aufgestanden, ich mach immer so das erste Mal, ich mach immer direkt den Fernseher an, wenn ich im Knast bin, so weißt du. Dann guck ich so und dann seh ich mir, ey, Digga, dieser Typ da, der 21-jährige Junge, zu, äh, das war der Typ, der die Staatsgeheimnisse veröffentlicht hat oder so, wurde in seinem Kinderzimmer festgenommen zu Hause und sowas, weißt du. Ich denk, wie schüchiger, der arme Mann, der hängt da so im Boxershort so, so gerade an so einer Mutterhaube und sowas. Ich denk, wie schüchiger, Mann. Der ist einfach ein ganzes Leben lang ich selber wegmachen. Gerade wird der einfach festgenommen. Mit 21, ja. Mit 21, ne. Ich hab noch eine Frage an dich. Wir haben nur Themen erwähnt, so, die nicht cool sind. Schon gar nicht, wenn man einen Podcast betreibt. Aber, ich hab eine verrückte Vermutung und ich stell mir die Frage, was hältst du davon? Wenn man sich die Medien anguckt, es gibt zwei Religionen, die nicht gut wegkommen. Das ist einmal der Islam und das ist die katholische Kirche, wenn man sich Nachrichten anguckt. Die katholische Kirche hat immer wieder diese Missbrauchsfälle und so weiter und so fort. Und wenn man den Islam betrachtet, sind das alles Terroristen. Ja, das wird ja so richtig. Nein, ich will aber auf was anderes hinaus. Tatsache ist aber auch, wenn jemand religiös ist oder gläubig ist, er gibt sich schnell mit wenig zufrieden, weil er sich denkt, es soll so sein. Der ist eigentlich ein glücklicherer Mensch als die anderen, weil er gläubig ist. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Kann es sein, dass die Medien wollen, dass die Menschen weniger religiös sind und um mehr in dem System gefangen zu sein, mehr Geld zu verdienen, die Wirtschaft mehr anzutreiben, den Status mehr zu jagen und so weiter und so fort, um in 100 Jahren oder 200 Jahren möglicherweise die religiösen Menschen, die es heute noch gibt, zu vierteln? Meinst du das jetzt wirklich deswegen oder was? Könnte das sein. Medien haben viel Macht. Medien gehören alle zu sehr, sehr großen Unternehmen. Das Ding ist ja bei Religion, so weißt du. Da hat jeder so sein eigenes Ding, so weißt du. Ich weiß. Wir sprechen aber nicht über Religion. Ja, ja. Doch, klar. Aber in diesem Sinne, wir verteidigen ja gerade keine Religion oder sonst was. Allgemein. Das ist nur eine These. Weißt du, ja, ja, ja. Das Ding ist ja, ich glaube wirklich so, der Staat, der hat da gar nichts mehr zu tun, du weißt du. Also klar, schon so ein bisschen, die wollen manchmal so ein paar Sachen schlecht reden. Die Kirche war früher der Staat. Die hat nicht genauso viel Macht wie der Staat. Ich weiß, ich weiß, genauso viel, ja, ja, ja. Ist ja jetzt auch noch, die haben ja jetzt immer noch so relativ viel eigentlich noch, oder nicht? Macht? Ja. Nee, Politikerregierung doch das Land. Ja, gut, aber trotzdem so, die haben jetzt nicht unbedingt Macht so, aber die haben immer noch sehr viel Einfluss jetzt auch nicht so, aber du weißt, was ich meine. Ja, Vermögen. Vermögen auch und so was. Die sind immer noch sehr präsent und so was, weißt du, so. Auf jeden Fall. Aber ändert ja nichts daran, weil die allgemeine Meinung der Kirche, die ist ja komplett, ist im Arsch. Boah, ich finde das sehr kritisch, so weißt du. Ich finde das Thema sehr kritisch. Denkst du, denn Medien hängen sich darauf extra, daran extra auf, um Religion schlecht zu machen? Nee, ich glaube nicht. Boah, ich sage ganz ehrlich, ich habe da eine Meinung, aber die will ich nicht mitteilen. Weißt du, die ist so ein bisschen so, die ist für mich so, die will ich einfach so für mich behalten, so weißt du. Also mit Religion so mäßig, so weißt du. Ich weiß, man soll nicht viel über Religion sprechen. Also was man jetzt selbst ist oder wie man glaubt und so weiter und so fort. Aber das ist ja gerade nur ein Beispiel. Und es geht Richtung Verschwörungstheorie, das ist mir bewusst. Aber ich habe mal nachgedacht letztens und dann ist mir das in den Sinn gekommen. Ich denke ja eh viel nach. Ich kann reden, bin sympathisch und denke viel nach, deshalb machen wir den Podcast. Oder deshalb darf ich Teil dieses Podcasts sein. Also ich glaube, das ist nicht so. Okay. Ich glaube nicht. Ich glaube in Amerika oder sowas bestimmt schon eher. Aber bei uns in Deutschland glaube ich nicht. Deutsche Medien haben viel mit amerikanischen Medien zu tun. Sonst würden wir nicht so viel über Amerika berichten. Ja, eigentlich berichten wir ab und zu mal so ein bisschen. Auch schon viel. Ja, geht. Findest du? Nee, finde ich nicht. Nur so Highlight, weißt du? Aber die berichten auch bestimmt Highlights bei uns, weißt du? Jetzt bei uns irgendwie safe 100 Pro, ich glaube nicht so viel. Ja, aber ich meine jetzt irgendwie was Krankes, so weißt du, die berichten ja nicht jeden Tag über Amerika oder irgendwelche Sachen, weißt du, im Fernsehen. Doch. Nein. Na klar. 100 Pro, nein. Da kommt doch nicht jeden Tag irgendwas über Amerika, weißt du? Bist du dir sicher? Ja, 100 Pro, aber wenn mal ein Highlight kommt oder so, Highlight kommt oder so, weißt du? Aber wir berichten auch, wenn irgendwas in Indien ein Highlight ist oder so, weißt du? Oder wenn irgendwie, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, in Spanien ist ein Amaglof mit zehn Leuten oder so, das wird bei uns auch im Fernsehen gezeigt, so weißt du? Oder in Indien oder so, weißt du? Nein, in Indien muss mehr passieren. Ja, okay, gut. Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, so auf das Land, so weißt du? Aber ich meine jetzt so, dass es jetzt nicht so krass präsent ist, weißt du? Ich weiß nicht, wie das bei Amerika ist, aber ich glaube, bei dem bestimmt auch noch, weißt du? Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von den Sendern bei denen. Okay. Bei den Schwänzen da. Es war ein wundervoller Podcast. War krank. Mit dem hübschesten Twitch-Streamer Deutschlands. Ey, warum sagst du das jedes Mal, Mann? Ey, warum nicht? Fühl dich doch geehrt. Das müsste doch so richtig runtergehen. Ich höre auf damit. Ich höre auf damit. Ja, Mann. Du bist es aber. Dankeschön, Mann. Dankeschön, Dankeschön. Wie fandest du es? Ich fand geil, fand geil. Darf ich mal ganz kurz den Settel mal gucken? Ich will ja mal gucken, einfach aus Interesse halber. Manche Themen stehen da gar nicht drauf. Und ich habe nur einmal kurz drauf geguckt. 500 Gramm Margarine, 50 Gramm Eier, drei Eier, krass, Digga. Ja, wirklich. Heftig. Ey, das Ding ist, der Tune ist so vorbereitet. Wir haben mittlerweile schon so Skizzen und sowas. Hast du das extra ausgedruckt und sowas? Ja, ja. Geil, wirklich. Aber das Ding ist, viele Sachen, die wir hier besprochen haben, stehen da gar nicht drauf. Ey, würdest du das fühlen, wenn wir Moderator sind, im Fernsehen, also bei der Tagesschau? Ey. Würdest du das machen? Bei der Tagesschau? Ja. Stell dir euch mal vor, Fritz, morgen, wenn ihr den Fernseher macht, würde ich da einfach bei der Tagesschau. Du würdest was vorlesen. Namen, Namen, wäre eine komplette Katastrophe. Du weißt zwar, wie, du weißt heute, wie Putin ausgesprochen wird, aber würdest du den Namen nicht kennen, würdest du sagen so, Präsident Putin? Weil wir heißen die einfach komplett anders. Wie heißt nochmal der amerikanische Präsident? Binnen? Einen Tag würden wir es schaffen. Ich würde mich auch die ganze Zeit verlesen, weißt du? Ich würde da sehr wahrscheinlich eine Anrufe kriegen. Ey, was hast du für ein Spinner da am Fernsehen? Wirklich. Ich würde da sehr wahrscheinlich mit einem bunten Hemd hinkommen so und nicht im Anzug. Ah, und es gab eine Premiere heute. Zum ersten Mal kein Hemd, sondern ein Hoodie. Oh shit. Und du zum ersten, warst du schon mal mit Sonnenbrille hier am Sitzen? Ne, das erste Mal. Aber wisst ihr auch warum? Weil hier ist es echt sehr hell. Wirklich. Weil wenn ich so bin, dass das knallt schon wieder richtig rein in mein Auge. Wirklich hier diese Lampen und so. Ich finde es gerade echt so sehr angenehm, muss ich sagen. Wir hatten heute alles dabei. Ja, war cool. Beziehungen, Politik, Religion, Koks, Skandale, Prostituierte, Musik, Drogen, Musik, Prostituierte leider nicht. Das hat gefehlt. Beim nächsten Mal, Freunde. Demnächst machen wir nochmal sowas, aber nur mit einem Gast, weißt du? Der schon mal hier war irgendwann. Das machen wir sowieso. Ja, ja. Aber genau sowas, einfach random. Ich will auch mit einem Gast über irgendwie sowas. Ich hab darauf eh mehr Bock. Ich will Gäste einladen und einfach einen Podcast mit dem haben. Von mir aus reden wir eine Stunde mit dem über den und dann reden wir eine weitere Stunde über Scheiße. Ja. Wird die Leute auch mehr entertainen, weißt du? Da hätt ich auch mal Bock drauf. Geil. Das war's, ne? Ich hab auch keine Themen mehr. Wie kann das sein? Jungs, Mädels, das machen wir wieder eine knackige Folge von Outpacking. Tut uns einen Gefallen. Lasst uns bitte ein Abo da, wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt. Ich hab noch was. Lasst ein Like da und, ja. Diesen Freitag kam keine Folge. Wir bitten um Verzeihung vielmals. Nächste Woche Freitag kommt auch keine Folge, weil diese Woche kommt irgendwann, also diese Folge kommt irgendwann Mitte der Woche. Weißt du? Okay. Zwei Freitage kein Podcast. Ach stimmt. Der kommt jetzt irgendwann Montag oder Dienstag, vielleicht auch morgen, keine Ahnung, heute ist Samstag, damit wir irgendwie die Mitte finden, weißt du? Jungs, Mädels, lasst bitte ein Like da, Abo, einen Kommentar und vielen Dank fürs Zuschauen. Und erzählt euren Freunden hiervon. Ja, erzählt euren Freunden hiervon, postet es auf Instagram, wir markieren es zurück. Folgt uns auf Instagram in den Kommentaren, Eltonio und Outpicking und lasst mir ein Follow bei Twitch da und Amazon Primes ab und verschenkt mir zehn Subs und ja. Und Trinus, hau rein, wir sehen uns. Hau rein Trinus. Peace. Ciao, Freunde. Bis beim nächsten Mal bei Outpicking.